Erich Gröner war Privatgelehrter, Sachverständiger und Sachbuchautor auf dem Gebiet der Marine- und Schifffahrtsgeschichte und des Schiffbaus. Erich Gröner war der Sohn eines Babiers und Heilgehilfen und wuchs in Berlin auf. Von 1910 bis 1918 besuchte er die Königsstädtische Oberrealschule. Bereits als Jugendlicher entwickelte er seine spätere berufliche Leidenschaft und brachte im Alter von 15 Jahren seine erste Abhandlung Geschichte. Der Seehandels- und Seekriegsschiff war zu Papier. 1918 meldete er sich während des Ersten Weltkriegs als Freiwilliger zu den Marinefliegern. Nach dem Krieg nahm er zunächst an der Technischen Hochschule in Berlin ein Schiffbaustudium auf. Danach wendete er sich an den Universitäten Kiel und Hübingen noch dem Gebiet der Volkswirtschaft zu. Die Inflationszeit von 1923 zwang ihn, wie viele seiner Altersgenossen, sein Studium abzubrechen. 1923-1924 fuhr er als Maschinenassistent auf Schiffen der Reederei H.S.D.G. auf der Südamerika-Route. Aufgrund seiner Volkswirtschaftskenntnisse fand er danach Anstellung als Bearbeiter internationaler Seerechtsfragen. 1926 machte er sich als Berater in Wirtschaftsfragen und Sachverständiger für Schifffahrtsselbstständig. Die deutschen Kriegsschiffe Als Mitarbeiter der Marineabteilung des Museums für Meereskunde in Berlin begann Erich Gröner sich dann voll seiner Leidenschaft zuzuwenden. Der Geschichte des Kriegs- und Handelsschiffbaus sowie der Sammlung und Auswertung von Schiffsfotos Ab 1929-1930. arbeitete er auf diesem Gebiet auch als freier Mitarbeiter für die Reichsmarine. 1931 brachte er gemeinsam mit Alexander Brett seine erste Veröffentlichung »Die deutschen Kriegsschiffe« heraus. Das Thema beschäftigte ihn weiter und 1937 erschien nach jahrelanger mühevoller Dokumentations- und Zeichenarbeit sein Werk »Die deutschen Kriegsschiffe« 1815 bis 1936. Das in seiner Vollständigkeit und Genauigkeit von Text und Skizzen beispielgebend in aller Welt wirkte. Nach dem Krieg erweiterte Gröner den Zeitraum seiner Bearbeitung ein letztes Mal. Die deutschen Kriegsschiffe 1815 bis 1945 konnte von ihm selbst nicht mehr vollständig abgeschlossen werden. Internationale Schiffstypenkunde Als Alexander Brett 1933-1934 die Herausgabe von Weyers Taschenbuch der Kriegsflotten übernahm, konnte Gröner seinen lang gehegten Plan verwirklichen. Die bisherige Form der Schiffsdarstellung durch Skizzen oder Schattenrisse in einem maßstabgetreuen Seitenriss zu vereinen. Einer Darstellungstechnik, die seither weite Verbreitung gefunden hat und von fast allen Flottenhandbüchern übernommen wird. Sein Ruf als Experte auch für internationale Schiffstypenkunde brachte ihm zahlreiche Aufträge des Berliner Kriegsmarinemuseums und des Deutschen Museums in München zur Ausgestaltung der Sammlungen und Sonderausstellungen. Vor allem aber von der Kriegsmarine und Luftwaffe, die in der Zeit von 1938 bis 1944 ihre Handbücher und Tafeln für den Schiffserkennungsdienst von ihm neu bearbeiten ließen, Handelsflotten der Welt. In der zweiten Hälfte der 30er Jahre verfolgte Gröner das ehrgeizige Ziel, Weyers Taschenbuch der Kriegsflotten ein in der Aufmachung ähnliches Taschenbuch der Handelsflotten an die Seite zu stellen. Dazu exerpierte er die wesentlichen Daten aller Schiffe über 1000 BRT aus Lloyds Register, komprimierte sie in raumsparenden Tabellen. Und so entstand ein weiteres unentbehrliches Hilfsmittel der Kriegsmarine, das erstmals 1940 und von 1941 bis 1944 unter dem Titel Die Handelsflotten der Welt in drei verschiedenen Ausgaben als Marinedienstvorschrift MDV. 135 erschienen und über 30.000 Schiffe mit ihren wichtigsten Daten und mit 728 Seitenrissgizzen nachwies. Zum Zwecke der Schiffidentifizierung entwickelte Gröner eine Schiffrierung des Schiffsaufbaus und sortierte die Risszeichnungen nach diesem System. Hinzu kam eine Suchliste für Schiffsnamen, die Namensbestandteile aller Schiffe gesondert indizierte und Register für Ex-Namen führte. Das Taschenbuch der Handelsflotten betrachtete Gröner stets als ein eigentliches Meisterstück. Zur Vorbereitung seiner Publikationen hatte Gröner durch Erwerb. Tausch und eigene Fotografie, eine umfangreiche Fotosammlung und ein umfangreiches Archiv mit Dokumenten und Zeichnungen zusammengetragen. Um das Archiv vor Luftangriffen auf die Reichshauptstadt zu sichern, wurde das Büro Gröner und die ganze Sammlung im Januar 1944 nach Dahlenberg auf das Gutes Generalfeldmarschalls August von Mackensen ausgelagert. Dort erlebte Gröner das Kriegsende. Bibliothek und Archiv wurden in zwei Aktionen im Juni 1945 und Mai 1946 von den Sowjets beschlagnahmt und unwiderruflich davon geführt. Eine Entschädigung dafür blieb dem Eigentümer versagt. Es ist seiner Frau Hilda Gröner, mit der er seit 1938 verheiratet war, zu danken, dass einige wenige Stücke des Archivs, darunter sein Jugendwerk, gerettet wurden. Nach Berlin zurückgekehrt, begann Gröner in der Nachkriegszeit seine Sammlung aus eigenen Mitteln wieder aufzubauen und die abgerissenen Kontakte zu Freunden im In- und Ausland wieder aufzubauen. Allen Schwierigkeiten zum Trotz gab er schon 1951 eine eigene Zeitschrift, die Unimare, heraus. Ein kleinformatiges monatliches Magazin mit Nachrichten aus der Schifffahrts- und Marinegeschichte der ganzen Welt. Diese brachte er in die 1952, 53. wiedererstehende Marine-Rundschau ein und übernahm dort die Redaktion der Nachrichten aus aller Welt. Daneben beschäftigte er sich in Zusammenarbeit mit dem Verlag Robert Löw in Magdeburg mit der Zeichnung von großformatigen Modellbauplänen. 1961 übersetzte er eine Kulturgeschichte des Schiffbaus mit dem Titel Das Schiff vom Einbaum zum Atomboot. Rekonstruktionen in Bildu, Wort von Björn Landström aus dem Schwedischen ins Deutsche und lieferte eine Reihe von Zeichnungen dazu. Für die Reihe SOS Schiffsschicksale in aller Welt des Münchner Verlags Möwig leistete er redaktionelle Hilfe für die Erzählungen vieler bekannter, ehemaliger Frontberichterstatter. Verlust und Verbleib deutscher Schiffe Ein neues Projekt ergab sich für Gröner mit Recherche und Verzeichnung sämtlicher Schiffe der Deutschen Kriegsmarine und Luftwaffe 1939 bis 1945 und ihres Verbleibs. Das Ergebnis erschien zunächst als Teil von Weyers Flotten Taschenbuch Ausgabe 1953 und schließlich als eigenständige Publikation 1954 im Verlag J.F. Liemens. Gleichzeitig begann Gröner mit umfangreichen Recherchen für die Ergänzung seines Hauptwerkes die Deutschen Kriegsschiffe. Nunmehr für den Zeitraum von 1815 bis 1945, das bei seinem frühen Tod 1965 kurz vor der Vollendung stand, und Gröner starb auf einer Reise in Paris. Nachruf Die große, über die ganze Welt verbreitete Gilde der Schipplover verlor in Erich Gröner einen ihrer profiliertesten Vertreter. Jürgen Rufa schrieb 1965 zu seinem Andenken. Gröners umfangreiche Bibliothek und seine Sammlung von Bauplänen wurde nach seinem Tod an die Bibliothek für Zeitgeschichte in Stuttgart abgegeben. Der wissenschaftliche Nachlaus wurde von dem Berliner Freundeskreis übernommen. Der das Werk Gröners stets tatkräftig unterstützt hatte und nun fortführte, Arbeitskreis Gröner. Gröner starb 1965 während der Arbeiten an seinem Hauptwerk. Die Rückführung der deutschen Marineakten aus London begann erst im selben Jahr, sodass sie für die 1966 und 1968 erschienenen Bände noch nicht ausgewertet werden konnten. Gröners Werk enthielt daher noch viele Lücken, die erst mit einer Neubearbeitung zu schließen waren. Die von Dieter Jung und Martin Maas in 30 Jahren geschaffene, völlig überarbeitete und erheblich erweiterte Neuauflage dieses Klassikers der deutschen Marineliteratur behandelt insgesamt ca. Einheiten. Sie ist das Resultat intensiver Forschungsarbeit, auch in letztmals möglichen engen Kontakten zu vielen Konstrukteuren, Werften und Marineoffizieren, in der achtbändigen Neuauflage blieb der Grundaufbau des Grönerschenwerkes erhalten. Alle Daten wurden anhand der nunmehr zugänglichen Akten kritisch überprüft und korrigiert. Dazu wurde als neunter Bände ein Schiffsnamenregister erstellt, das die Orientierung vereinfacht. Werkverzeichnis Erich Gröner Geschichte der deutschen Seehandels- und Seekriegsschifffahrt Erich Gröner Manuskript von 1916 ca. 88 S. Illustrationen Die deutschen Kriegsschiffe Vollständige Schiffsliste der Reichsmarine 1931 mit ausführlichen Angaben und Planskizzen aller deutschen Kriegsschiffe E. Gröner U. A. Brett München Lehmann 1931 S. Die deutschen Kriegsschiffe 1815 bis 1936 unter Benutzung amtlicher Quellen mit 350 Schiffsskizzen Erich Gröner München Lehmann 1937 I. V. N. 153 S. 350 Skizzen Die deutschen Kriegsschiffe 1815 bis 1945 unter Benutzung amtlicher Quellen mit über 600 Seitenrissen und Decksplänen im Maßstab 1 zu 1250 Erich Gröner München Lehmann 1966 446 28 S. A. B. B. Kennung deutscher Hilfskriegsschiffe des 1. Weltkrieges Erich Gröner Marine Archiv der Bibliothek für Zeitgeschichte Kapsel 35 B. 8 Weyers Taschenbuch der Kriegsflotten Bruno Weyer Weyers Flottentaschenbuch Bruno Weyer Taschenbuch der Handelsflotten 1940 Erich Gröner Handelsflotten der Welt Ausgabe 1941 Ausgabe 1942 Ausgabe 1944 Erich Gröner Ausgabe 1942 mit 716 Seiten und 728 Risszeichnungen Suchliste für Schiffsnamen 1942 bearbeitet von Erich Gröner Ergänzungsband zu Die Handelsflotten der Welt München Lehmann 1944 440 470 S. Unimare Universal Maritime Rekord Monatsnachrichten HRSG Erich Gröner Bremen Hamburg Schultheis Erste 1951,1-12 Zweite 1952,1-3 Die Schiffe der Deutschen Kriegsmarine und Luftwaffe 1939 bis 1945 und ihr Verbleib mit ein 70 Schiffsskizzen Erich Gröner In Weyers Flottentaschenbuch Bonn, Bernhard und M. Gräfe Jahrgang 37, 1953 S. 257 bis 317 Die Schiffe der Deutschen Kriegsmarine und Luftwaffe 1939 bis 1945 und ihr Verbleib mit 228 Schiffsskizzen Erich Gröner München Lehmann 1954-86 S. A. B. B. Der Aufbau der aktiven Heimatverbände der preußischen, norddeutschen und deutschen Kriegsmarine Erich Gröner Ungedrucktes Typuskript Editionen des Arbeitskreises Gröner Die Deutschen Kriegsschiffe 1815 bis 1945 Ben 2 Erich Gröner München Lehmann 1968 Die Japanischen Kriegsschiffe 1869 bis 1945 Hans-Georg Jensschura, Dieter Jung, Peter Mikkel J. F. Liemen, München 1970 Anstriche und Tarnanstriche der Kriegsmarine Dieter Jung, Norbert Kelling, Arno Abendroth Bernhard und Embgräfe, München 1977 Schiffe und Boote der Deutschen Seeflieger Dieter Jung, Bernd Wenzel, Arno Abendroth Motorbuch Stuttgart 1977 Deutsche Speerbrecher Konstruktion, Ausrüstung, Bewaffnung, Aufgaben, Einsatz Peter Arndt Motorbuch Stuttgart 1979 Tanker und Versorger der Deutschen Flotte 1900 bis 1980 Dieter Jung, Martin Maas, Bernd Wenzel Motorbuch Stuttgart 1981 Die Deutschen Kriegsschiffe 1815 bis 1945 Erich Gröner, Dieter Jung, Martin Maas, Band 1 1982 Band 8 1993 sowie Register der Schiffsnamen Bernhard und Embgräfe, Koblenz Die Schiffe der Deutschen Kriegsmarine und Luftwaffe 1939 bis 1945 und ihr Verbleib Erich Gröner, Dieter Jung, Bernhard und Embgräfe Bonn 2001 Schiffe der Kaiserlichen Marine und ihr Verbleib Dieter Jung, Wolfgang Bolaia, Bernhard und Embgräfe Bonn 2004 Speer